Hi zusammen, mein Name ist Hanna, ich bin 39 Jahre alt und auf der Suche nach Bewerbungsfotografen bin ich auf die zwei hier auf Facebook gestoßen und sie sind mir sofort mit ihrem Namen, das mechanische Auge, ja, ins Auge gestochen worden, wirklich. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, dann bin ich hier gelandet. Als ich zur Tür reinkam, hat mich Serena so herzlich in Empfang genommen, dass schon die ersten Vorbehalte gegen das Bewerbungsstudium weg waren und ich mich sehr wohl fühlte. Ja, dann hat sie mich in die Räumlichkeiten geführt, geschminkt, mir Posen gezeigt und meine Nervosität wurde immer, immer weniger. Ja, da kamen wunderschöne Bilder dabei raus, ich war sehr zufrieden, da kam genau das ans Tageslicht, was ich auch meinem zukünftigen Arbeitgeber mitteilen wollte. Ich habe auch sehr schnell den Anschlussjob bekommen. Inzwischen möchte ich mich beruflich verändern und bin auch wieder hier und werde auch mit den zwei auf jeden Fall Fotos machen, weil woanders kriegt man sie nicht besser und die sind auch so mega lieb und nett. Ja, ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Ja, schaut rein, überzeugt euch, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich tue es.